hallo mein lieben freunde der gemütlichen unterhaltung willkommen hier in cold west willy es wird gefeiert und zwar der frühling hier ist ein richtiges großes fest ist schon den ganzen tag am laufen auch ein bisschen wenig besucher sind aber das täuscht man kann zum beispiel hier die feuerwehren angucken ja die hat sich ein bisschen aufgestellt da kann man ein bisschen geräteschau machen hier haben sie die trainer ausgefahren die blink leuchten hier oben sieht ja auch cool aus ja man kann ja in die autos gucken was da alles so drin ist aber darum geht es jetzt gar nicht so und es geht nämlich um diesen umzug da gleich starten wird es werden ich habe es aufgeschrieben 62 fahrzeuge starten und die machen einen großen umzug ringsrum ums ganze land oder die stadt und auch viele viele länder sind hier dabei entweder sind sie mit einem fahrzeug da oder haben eine technik da oder keine ahnung sind jedenfalls viele viele länder da so und hier hinten steht die also heute schon startbereit und zwar mache ich das über den cosplay ich habe da ein kurs einprogrammiert das zeige ich euch mal hier das fahrzeug wird voraus ja mit blaulicht moment da musst du mal schnell dass sie aktivieren so und da sieht man hier geht es los und dann fahren wir hier die ganze strecke lang und kommt dann hier wieder an und machen das runde für runde theoretisch also ich habe schon mal im vorfeld probiert natürlich und aufgenommen das kommt dann danach diesen was ich jetzt gerade machen versteht oder nicht jedenfalls ist hier jedes fahrzeug einmal vorhanden was es im original ls7 gibt also hier sind keine mod fahrzeuge drin auch keine dlc fahrzeuge ist zwar bisschen dunkel jetzt gab es nicht meine taschenlampe egal jetzt bin ich natürlich wieder vollkommen woanders hingekommen ja das ist jetzt sozusagen live und geschnitten bis jetzt noch also diese fahrzeuge keine mods und keine dlc sondern die es alles normal im spiel gibt sind alle aufgelistet ich habe überall mal versucht wo es ging in anhänger rein zu hängen auch alles verschiedene ja die ganzen mädrescher hier viele viele fahrzeuge aber nicht jeder darf mitfahren diese stehen hier es wurde extra gesagt bei diesem umzug die fahrer dürfen kein alkohol trinken und was haben die fahrer gemacht die haben sich die bürde zugeschüttet im wahrsten sinn des wortes weil die könnte ich mal fahren die sind irgendwo keine ahnung ist vielleicht in die nächste kneipe wieder gegangen ja deswegen fahren diese fahrzeuge hier nicht mit weil sie nicht richtig funktionieren deswegen ja die eier hing hin und her und das funktioniert nicht deswegen habe ich die ausgenommen und dieser kollege ist einfach zu lang deswegen fahren sie nicht mit und da würde ich sagen starten wir mal die ganze meute aber jetzt zeige ich euch noch mal wie das ganze aussieht wenn die alle nacheinander stehen und da kommt jetzt mein erster schnitt und zwar da so Musik Ja, es ist ziemlich lang die ganze Kolonne. Und wir werden es jetzt live probieren. Ich werde jetzt alle starten. Und die Straßen sind auch abgesperrt. Sofort ist es nochmal Feuerwehr. Das sieht man dann auch. Und zum Schluss gibt es noch ein Feuerwerk. Das kommt am Ende vom Video. Und ich würde mich freuen schon mal jetzt für ein Like. Weil ich habe da wirklich mega viel Zeit reingesteckt, bis ich das alles so hatte. Und es ist gleich mein 200 Abonnenten Spezial Video. Da möchte ich mich bedanken für 200. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das endlich erreicht habe. Nach langer, langer Zeit. Aber nun, lasst mich die einfach jetzt mal abfahren. Und zwar habe ich da gleich getrickt. Da habe ich die extra so hingestellt, dass ich da immer gleich... So. Und man muss immer sehr beruht haben. Das ist übrigens mein Servicefahrzeug, mit dem fahre ich da gleich rum. Ich habe das so eine Technik. Und zwar müssen immer von diesem Punkt... Ich weiß gar nicht, ob die das Licht einschalten. Und ich darf die auch nicht zu schnell starten. Weil die kommen sonst in die Quere und dann funktioniert das alles nicht. Aber es dauert jetzt erst mal, wenn wir alle starten lassen. Also das ist die Tatsache. Und das ist das. Ich meinst du das. Vielen Dank. Ich meinst alle das natürlich. Ich finde ihm sehr eleg 293 Abone. Ich bin mir gleich ein sehr cool aus. ok jetzt wieder normale geschwindigkeit und wir fahren jetzt einfach mal entgegen die sind jetzt unterwegs und wir sind die letzten starten gerade die runde und die fps ist gerade auf 14 zurückgegangen das ist der wahnsinn das ist echt der wahnsinn was der ganze hier rechnen muss und die habe ich auch überall schönen stopp schilder aufgestellt aber ich habe die KI ausgedreht weil die fahren in die fahrzeuge rein ohne ohne bremsen mit voller wucht habe ich extra diese sperrscheiben geholt schaut mal wie das leckt aber der KI verkehr ist einfach nur dumm ist der ja da hat einfach einen weg vorgegeben und da fährt ohne bremsen und wahrscheinlich werde ich jetzt den aufnehmen ich weiß nicht genau kann es sein dass jetzt leckt sich mehr wie sonst ich weiß nicht so hier vorne sind wir noch mal schön die straße abgesperrt schön das blaulicht gefällt mir dieses fahrzeug hat sogar ein heck war das gelbe finde ich extrem cool so ich fahrzeuge entgegen und ihr seht es funktioniert es kommt noch keine meldung dass jemand stecken geblieben ist sind gleich jetzt drei fahrzeuge raus ich finde es so geil ich finde es so geil dass wir das machen können wir den cosplay steckt da werde ich noch nach wie eine schöne sache machen aber nicht so große das hat bisschen zeit in anspruch genommen mit dass sie so hinbekommen haben und links sieht man immer mal eine kurze meldung wenn einer im stau steckt aber meistens ist dann wieder weg wenn es alles okay wo wir da irgendwas kommt durchdrehenden reifen dann ist irgendwas passiert so alles fährt noch dann ist natürlich wenn wir zur seite fahren wenn wir rauskommt kommt dann hier raus damit ihr auch ein bisschen dreck eine dreckstrecke haben und hier habe ich immer eine kleine hübschen aufgestellt damit ihr auch wissen wo sie lang fahren müssen es nimmt kein ende nur fahrzeuge hier alle fahren sie schön mit das freut mich dass das jetzt funktioniert indem ich das so aufnehmen mit euch zusammen also es ist kein trick es ist sozusagen stellt es einfach mal jetzt ein rekord den noch niemand gemacht hat wer weiß mir was oder anderes schreibt es in die kommentare wenn ihr schon mal sowas gesehen habt ich habe noch nichts gefunden und dort oben kommt die meute ich kann ja mal theoretisch wenn ich diese tasten zurück ja dann schweben wir mal ein bisschen in die höhe sieht dann auch cool aus schön das gefällt mir und es gibt kein ende hier hinten kommt immer noch der schwung das sind die mähdrescher herrlich da drüben sieht man blaulicht blitzen das sind zum beispiel ich schwitze mal kurz zu nein zu denen wollte ich nicht und es blendet ganz schön guck und es geht wieder von vorne los was halt ein bisschen komisch ist man sitzt sozusagen keine ahnung doppelt drin oder sieht ein bisschen merkwürdig aus ähm ich schwitze ich zurück wird mir leid auch hier steht zum beispiel notarzt kann ja mal was passieren ne man weiß ja nicht und deswegen steht überall mal notarzt und bis jetzt funktioniert alles ich bin entzückt keiner stellt sich quer da drüben steht noch die arzt die feuerwehr ich weiß nicht wenn ich mich jetzt so hin stelle ob die anhalten wenn ich auf der strecke stehe anhalten anhalten die fährt doch nicht durch was ist denn das jetzt haben wir schon drei meldungen dass irgendwas nicht mehr passt die meldung häufig ist gut da werde ich mal nachschauen ach der fährt nicht weiter wegen dem traktor hier alles klar und alles ist wieder gut natürlich haben die jetzt alle aufgeschlossen hier Arsch an Arsch und manche können nicht bremsen wie ja nein alles gut alles gut hier seit auflaufen muss irgendwas los sein okay läuft wieder ich weiß gar nicht wie lange ich das jetzt aufnehmen ich würde sagen ich habe ja nochmal ein video zusammenschnitt gemacht das habe ich schon vor der weg das ist nicht aus diesem video und das schauen wir uns mal kurz an mit Musik und am ende gibt es dann Feuerwerk und damit verabschiede ich mich und würde mich freuen wenn ihr einen Daumen nach oben gibt für dieses Video Video das was ich mir hier ausgedacht habe vielleicht lasse ich jetzt einfach mal Zeitraffer hier sind alle nein ich habe schon genug gezeigt genau Zeitraffer kommt noch dann sieht man nochmal alle vorbeihuschen okay ich bedanke mich ich sage jetzt erstmal von meiner Seite her tschüss und ich hoffe dieses Video wird nicht zu lang zu zu lang vielen Dank machts gut und danke nochmal für 200 Abonnenten yes wir wollen das Video Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020